Hallo Tierfreunde und willkommen zum nächsten Kochvideo. Heute habe ich mal einen kleinen Aufschnitt für euch und zwar aus Saitan und Gemüse und was das Gemüse betrifft, da könnt ihr wie immer variieren und einfach euer Lieblingsgemüse verwenden. Den Aufschnitt habe ich bisher immer im Ofen gemacht, allerdings kann man ihn zumindest theoretisch auch kochen, deswegen werde ich das heute mal mit euch zusammen probieren. Ja und das Rezept ist wie meistens auch wieder super einfach, also los geht's. Ich habe mir diesmal wirklich super einfache Zutaten rausgesucht und zwar habe ich hier Kartoffeln 100 Gramm, schon geschält, könnt ihr einfach ein bisschen klein schneiden, eine Möhre ebenfalls 100 Gramm, auch viel ganz einfach klein schneiden, denn wir kochen das gleich und ja umso kleiner ihr das schneidet desto schneller geht das Ganze natürlich auch. Außerdem eine Zwiebel 50 Gramm könnt ihr ebenfalls einfach grob klein schneiden und das Gemüse könnt ihr dann ganz einfach ohne Gewürze, ohne Salz etwas Wasser geben und weich kochen. Ja das ist jetzt wirklich die super einfache Variante, also das Gemüse einfach in einen Topf, mit Wasser schmeißen und kochen. Wenn ihr jetzt noch ein paar Röstaromen im Aufschnitt haben möchtet, dann nehmt das Gemüse und bratet es ganz kurz in etwas Öl an, so dass es etwas Farbe bekommt. So und während das Gemüse kocht gehen wir schon mal die restlichen Zutaten vorbereiten. Ich habe jetzt hier 150 Gramm Seitan Pulver, dazu kommt jetzt ca. 1 TL Salz, ihr könnt stattdessen auch einfach Gemüsebrühenpulver verwenden, 1 TL Majoran und 1 TL Paprikapulver, das könnt ihr schon mal miteinander vermischen. So euer Gemüse sollte jetzt ungefähr nach 5-10 Minuten weich sein, dann könnt ihr das jetzt durch ein Sieb geben und die Brühe müsst ihr auf keinem Fall wegschmeißen, daraus könnt ihr immer noch Suppe kochen oder die Brühe auch einfach so trinken. So jetzt braucht ihr einen Kartoffelstampfer und damit stampft ihr euer Gemüse schön fein. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach pürieren, aber wenn ihr das stampft, dann bleiben halt immer noch so kleine Stückchen übrig, die man dann später in dem Aufschnitt auch sehen kann und das finde ich immer ehrlich gesagt ja ein bisschen hübscher. So wenn ihr euer Gemüse fertig gestampft habt, dann lasst es auf jeden Fall noch ein bisschen abkühlen, es sollte auf jeden Fall nicht super heiß in euer Seitan gegeben werden. So wenn ihr euren Aufschnitt jetzt im Ofen machen wollt, dann könnt ihr den Ofen jetzt auf jeden Fall schon mal vorheizen auf 170 Grad. Dann kommt euer Gemüse zu eurem Seitan dazu, außerdem 30 Milliliter Öl, da könnt ihr ein Öl nehmen, was ihr am liebsten mögt und 50 Milliliter Sojareistrink habe ich jetzt hier. Ihr könnt aber auch Sojamilch nehmen oder Reismilch oder auch jede andere Pflanzenmilch. Im Grunde wird es aber auch mit Wasser funktionieren. So und das Ganze könnt ihr jetzt zu einem schönen Teig verkneten. So ich habe meinen Teig jetzt mal halbiert, um ein Teil zu backen und ein Teil zu kochen, um sozusagen beides zu zeigen und auch wie gesagt beim Kochen das erstmal auszuprobieren. Wenn ihr jetzt den gesamten Teig im Ofen backt, dann dauert das ungefähr eine Stunde bei 170 Grad, wenn ihr aus dem ganzen Teig so eine schöne Teigrolle formt. Die Zeit könnt ihr natürlich auch beeinflussen, zum Beispiel könnt ihr die Rolle ganz einfach länger und dünner machen. Das verringert die Zeit natürlich auf jeden Fall. Und jetzt bei meinem kleineren Teig wird das sowieso noch etwas schneller gehen. So der eine Teig kommt jetzt wie gesagt auf ein Backblech und wird jetzt bei 170 Grad gebacken. Und den anderen werde ich etwas dicker lassen, aber auch ein kleines bisschen länglich formen. Und den werden wir jetzt sozusagen in leicht siebendem Wasser gar kochen. So wenn euer Wasser leicht kocht, dann könnt ihr euren Seitan-Kloß reingeben und die Hitze etwas reduzieren, damit es nicht zu doll kocht. Vielleicht ca. auf die Hälfte. Und ich denke bei der Größe jetzt ca. 30-40 Minuten köcheln lassen. Und ja, vergesst euer Wasser nicht etwas zu salzen, auf die Mengen jetzt vielleicht einen halben Teelöffel. Dann am besten abdecken und ziehen lassen. Ich reduziere die Hitze jetzt ca. auf Stufe 4, das heißt knapp unter der Hälfte. So das waren jetzt bei beiden ungefähr 40 Minuten. Ich denke mal die sollten jetzt gut sein. Ich nehme jetzt erstmal das aus dem Wasser raus und es ist ziemlich weich geworden, wie es aussieht. Aber es wird sowieso noch abkühlen müssen und dann sollte es eigentlich wieder fester werden. Und das aus dem Ofen sieht auf jeden Fall klasse aus. Hat auch, wie ihr seht, ein bisschen Farbe bekommen. Ja, muss auf jeden Fall auch erstmal abkühlen. So, bei der Aufschnittversion haben wir jetzt eine ganze Zeit im Kühlschrank gelegen und sind schon mal gut abgekühlt. Ja, ich schneide das mal beide an. Die gebacken wurde, hat natürlich auf jeden Fall eine festere Kruste. Aber auf jeden Fall ist es so, dass sie nach einem Tag ungefähr weicher wird. Und dann lässt sie sich auch etwas einfacher schneiden. An einem scharfen Messer kriegt das auf jeden Fall auch schon so hin. Und die gekochte Version ist auf jeden Fall sehr weich geworden. Also wie ihr seht, richtig schwammig sozusagen. Ich habe dies auch eine Weile in ein Tuch eingewickelt, damit die Flüssigkeit so ein bisschen austreten kann. Ja, mal anschneiden. Fällt auch ein bisschen auseinander. Was natürlich der Vorteil ist, sie ist auf jeden Fall sehr weich. Und dadurch natürlich auch schön zart. Was bei dem gebackenen Seithahn halt nicht wirklich so ist. Der ist schon ein bisschen fester. Aber im Grunde funktioniert beides. Bei diesem könntet ihr auch versuchen, das Ganze in ein Tuch einzuwickeln und dann zu kochen. Damit der ganze Seithahn nicht so auseinander quillt. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, das Ganze indirekt zu poschieren. Also in Frischhaltefolie einzuwickeln und dann ziehen zu lassen in heißem Wasser. Ist immer nicht so beliebt. Ja, wegen der Frischhaltefolie, wegen dem Plastik. Aber ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ja, und dann habt ihr euren eigenen Seithahnaufschnitt gemacht. Ist, wie ihr gesehen habt, ein ziemlich leichtes Rezept. Allerdings mit ziemlich langen Wartezeiten zwischendurch. Und deswegen kann das schon mal etwas länger dauern. Auf jeden Fall ist es, finde ich, eine bessere Alternative als diese ganzen gekauften Seithahnaufschnitte. Denn da ist schon immer irgendwie noch anderes Zeug drin. Auch unter anderem, um das Ganze ganz einfach haltbar zu machen. Und ja, hier wisst ihr ganz einfach selber, was drin ist. Und ihr könnt da, wie gesagt, auch viel variieren. Zum Beispiel könnte ich mir in dem Aufschnitt auch Pilze super vorstellen. Okay, mal kosten das Ganze. Zuerst mal den gebackenen Seithahnaufschnitt. Also da könnt ihr mich wirklich reinlegen. Finde ich super lecker zum Frühstück zum Beispiel. Und einfach auch so zwischendurch. Und der ist auch super geeignet, finde ich, wenn ihr ihn einfach in kleine Würfel schneidet. Und zum Beispiel zu Bratkartoffeln dazu gebt. Oder auch als Suppeneinlage ist es auf jeden Fall vielseitig einsetzbar. So, und jetzt der gekochte Aufschnitt. Der sollte ja eigentlich genauso schmecken. Denn immerhin ist es eigentlich genau das gleiche Rezept. Okay, wie gesagt, das war ein Versuch. Denn wie scheint sind die ganzen Gewürze, das Salz und der ganze Geschmack in das Kochwasser gegangen. Also wenn ihr das gerne kochen möchtet, funktioniert es auf jeden Fall auch. Denn die Konsistenz gefällt mir wirklich gut. Es ist wirklich super zart. Hm, gar nicht so schlecht. Nur ihr müsstet halt entweder den Seithahnaufschnitt oder auch das Kochwasser einfach ein bisschen mehr salzen. Beziehungsweise würzen. Damit der Aufschnitt ganz einfach im Wasser nicht so sehr auslaugt. Oder halt wie gesagt das Ganze mit einem Leintuch kochen. Oder halt auch in Fuschhaltefolie, wenn euch das nicht stört. Ansonsten, es ist echt lecker. Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, dieses kleine Rezept hat euch gefallen. Und in der Endkarte findet ihr auch nochmal einen veganen Käseaufschnitt, den ich vor etlichen Zeiten mal gemacht habe. Ja, könnte auf jeden Fall auch was für euch sein. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschö. Tschö. Musik Musik